Ich wollte fragen, ob wir nach der Folge, dass wir es direkt klar machen, wir haben es vergessen, wenn ihr sagt, jetzt muss ich los und wir haben wieder Stress oder so, dass wir nach der Folge vielleicht zum Supermarkt rüber gehen und dass wir uns da auf diese Stangen setzen, wo man normal die Einkaufswagen reinschiebt und dass wir uns vorher so einen 2-Liter-Tetra-Pack-Eistee holen und dass wir da noch so ein bisschen abhängen und vielleicht ein bisschen reden und so auf so einen Spuckesee machen. Habt ihr Bock? Super. Weil das wäre schön, wenn ich das jetzt schon wüsste, dann wäre das für mich so ein Lichtblick am Tag, dass wir das halt später noch machen und dass ihr da nicht sofort eure Sachen nehmt und dann sagt, jetzt muss ich los und dann sitze ich da, sondern dass wir eben rüber gehen hier, einmal auf die andere Straßenseite zu dem Supermarkt. Aber da, weißt du Klaas, da sind wir eigentlich schon beim Thema, weil da merkt man, dass du aus Olbenburg kommst und du Schmiddi aus Kerblech, weil ich als Berliner kenne gar nicht solche Orte wie so einen Supermarktparkplatz, wo sich dann alle Jugendlichen getroffen haben. Deswegen habt ihr wahrscheinlich wirklich mal bei sowas abgehalten. Aber das ist ganz Berlin. Ne, das ist aber wirklich das Problem, weil in Berlin waren überall irgendwelche Jugendliche. Ich wusste in meiner Kindheit, manche Orte, da wird man verprügelt, da gehe ich besser nicht hin. Die habe ich gemieden. Und ansonsten gab es so ein paar Spielplätze, wo man mal abhängen konnte. Aber es gab nicht so diesen zentralen Ort und darum beneide ich euch. Was war denn dein Ort? Wo wir abgehangen haben, im Kleingarten. Im Kleingarten? Ja, da konnte man sich auf halber Strecke treffen und kiffen, also sich treffen. Ja, nachdenken. Nachdenken. Sinnieren. Und genau, das war in einer Zeit, wo ich die Dubis noch mit Tesafilm zugekriegt habe, weil ich das einfach anders nicht hingekriegt habe. Das bist so du. Was soll ich machen? Ja, ist schlau. Du bist in Berlin, du musst ja praktisch eigentlich nur das Fenster auf Kipp machen, dann kommt einer, nimmt dir das Zeug ab, rollt das mit einer Hand und steckt es dir durchs gekippte Fenster wieder rein. Das ist Berlin, da weißt du, in welchem Stadtteil du bist. In Oldenburg gibt es das nicht. Da musst du jemanden aus dem Knast befreien, damit dir mal einer einen Joint dreht. Aber was war das für eine Örtlichkeit, ein Kleingarten, also wirklich wie so eine Kolonie oder was? Ja, wie heißt es bei euch? Schlebergarten. Laubenpieper. Laubenpieper, ja. Das sind halt so die Slums des kleinen Mannes. Ja. Die Favelas von Oldenburg. Sowas gibt es im Saarland auch gar nicht. Ihr habt ja wohl auch irgendwelche Wellblechhütten, wo irgendwelche Hubertz da ihre Tulpen züchten. Das sind die normalen Häuser. Das stimmt, das ist richtig, ja. Ja klar, bei euch ist das so, da wo Ronald Schill wohnt, so ungefähr das, aber mit lecker Fleischkäse weg. Aber wo hast du gekornert, Schmitty? Hinterm Supermarkt, hinterm Supermarkt. Da wolltet ihr auch noch vorbei, bei unserem Peerplechbesuch. Habe ich verhindert. Hast du verhindert, wolltest du nicht mehr, ne? Und da haben wir so Beeren sind getrunken und dann die Apfelringe gegessen und so. Und wer nicht mindestens einmal Blätter geraucht hat, also einfach vom Baum gepflückt oder so vom Boden aufgehoben und die geraucht, der hatte keine Jugend. Also ich habe Tee, haben wir geraucht. Ja, der auch. Ich hatte auch natürlich, ich hatte Angst vor Küffen, habe ich auch nie gemacht und auch vor Rauchen, habe auch nie geraucht. Und deswegen hat dann mein Kumpel Max gesagt, ey, ich habe ja Pfefferminztee, den machen wir uns da rein. Tee ist ja gesund, ne? Und das rauchen wir. Also ich habe halt viele Zigaretten immer gerne geraucht und ich habe dann eine Lot extra von meiner Mutter, habe ich mir geschnappt. Und dann bin ich hinten ins kleine Badezimmer, also da, wo man es wirklich noch vier Tage später riecht. Und dann habe ich, weil ich wollte mal wissen, wie das aussieht. Und dann habe ich mir so eine Lunte angezündet und habe dann im Spiegel geguckt, wie das aussieht, wenn ich eine qualme. Und dann habe ich so nach zwei Zügen, waren wir dann auch schlecht. Und dann habe ich das hinter unserem Haus so in den Boden und dann habe ich meinen Kumpel Arne angerufen. Der musste dann antanzen und sich meine Trophäe, also die ausgedrückte Kippe, musste er sich anschauen. Ach, die musst du ja betrachten dann. Dann habe ich gesagt, Arne, guck mal, die habe ich weggequatzt. Und was hat der gesagt, weißt du das nicht? Der hat gesagt, alle Achtung, hört, hört oder sowas wird er gesagt haben. Und jetzt, ihr wart ja beide Raucher, ne? Wieso habt ihr diesen Respekt, man hat ja auch als Kind irgendwie so einen Respekt vorm Rauchen, ne? Weil das ja verboten war. Und ich zum Beispiel bin in meiner menschlichen Konstitution offenbar so gewesen, dass ich über diese Schwelle nicht getreten bin. Von der Angstmacherei meiner Eltern, zu Recht ja auch, da bin ich nicht drüber gegangen. Die haben gesagt, Rauchen ist schlecht, ist verboten, das macht man nicht. Dann habe ich das geglaubt und nicht gemacht. Das hat bei uns zu Hause nie einer gesagt. Ach echt? Naja, mein Vater hat gequalmt. Ja, meine Eltern haben auch beide gequalmt. Ja, warum können die dir dann... Wie, die Teufel haben die da gequalmt? Dann können die dir doch nicht glaubhaft sagen, dass das schlecht ist. Doch, die haben gesagt, das ist ganz schlecht, was wir hier machen. Und ich fand das auch irgendwie schon als Kind eklig. Und deswegen habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Aber ich will wissen von euch, wieso seid ihr dann trotzdem über diese Schwelle gegangen? Ja, Outlaws. Naja, das ist... War das so ein Fuck you? War das euer erstes Fuck you als Establishment? Ja, also das war halt irgendwie so ein Pfadfinderlager, wo man dann mal das erste Mal eine Zigarette gezogen hat oder so. Da war das jetzt noch nicht eine ernsthafte Qualmerei, sondern so ohne Lunge, ne? Paffen. Ja. Und da hat man immer so eingezogen und dann muss man sagen, die Mama kommt. Das war so die Mutprobe, ne? Ja. Also es hat eher, das ist halt die Gruppendynamik von so... Wir fühlen uns erwachsener, als wir sind, ne? Und wenn ich da nicht mit euch mitgemacht hätte, hättet ihr mich dann verprügelt oder einfach verspottet aber? Ja, du bist halt uncool, ne? Was soll's, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, gesundheitsschädlicher war die halbe Flasche Mundwasser, die ich danach getrunken habe. Da war ich dann meistens besoffen vom Mundwasser. Ich habe, wir müssen da kurz dranbleiben. Eine Sache noch. Da fällt mir ein. Da fällt mir ein. Also, Twitter. Ich habe ein ernstes Mörtchen zu reden. Mit wem? Mit Elon Musk oder was? Also, es gibt nichts Schlimmeres auf dieser Welt, da werdet ihr mir zustimmen, als wenn... Als wenn Jakob einfach aufsteht und hier an der Klimalager rumfummelt. Was ist das? Dann machst du hier den Häufer. Das macht wirklich so eiskalt, schießt mir das ins Maul. Ich wollte jetzt einfach das heimlich machen, während du weitererzählst. Okay. Ich muss noch was Düsteres, weil das ist jetzt wirklich... Also das ist so... Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich Eltern auf Social Media rumtreiben. Ja. Und mein Vater treibt sich auf Social Media rum. Wie? Unter anderem wohl auch bei Twitter. Und dann guckt ihr mal den Hashtag von der Show, die wir gerade aufnehmen. Im Moment ist es, wer steht denn in die Show? Und jetzt irgendwelche Snitches da draußen haben... Also wenn ich einmal in meinem Leben nach einer aufregenden, anstrengenden Produktion an einer Zigarette ziehe, ganz kurz mal einen Zug und den sofort wieder wegwerfe und so. Aus Versehen. Aus Versehen. Da bin ich irgendwo in so eine Rauchwolke von einem Lichtmann da irgendwie reingeklettert. Und in dem Moment wurde ich wohl gesehen und das wurde dann auf Twitter sofort verpetzt. Und das wiederum hat mein Vater gelesen. Nein. Und hat mich angerufen und mich zur Sau gemacht. Also ich habe einen Tipp für dich, jetzt grundsätzlich mal so, um irgendwie für die Zukunft dich bereit zu machen für dein neues Erleben als Erwachsener. Du bist mittlerweile 50 Jahre alt. Nee. Wenn du irgendwas machen möchtest, zum Beispiel, weiß ich nicht, nach 18 Uhr mal ein Glas Fanta trinken oder vielleicht auch mal... Finde ich zu viel Zucker für Schmitti, nach 18 Uhr kann ich nicht schlafen. Dann dreht er durch, das wissen wir, aber es ist ja sein gutes Recht. Wenn er meint, er muss jetzt durch. Dann ist er über Zwäsch. Wenn er ist ja über Zwäsch mit dem Fanta-Bauch, dann soll er das machen, finde ich. Ich finde, du bist 50 Jahre alt. Du kannst ein Glas Fanta trinken, du kannst auch mal eine Zigarette essen, ohne dass du direkt Ärger kriegst immer von deinen Eltern. Ich kriege jedes Mal Ärger. Ja, aber du musst dich da mal emanzipieren, es tut mir leid. Kann Twitter einfach aufhören, mich zu verpetzen, wenn ich da an irgendeinem Fenster rumspiele? Aber was fürchtest du eigentlich Schmitti? Fürchtest du drakonische Strafen wie Fernsehverbot? Weil das wäre ja bei dir fast ein Berufsverbot, wenn du Fernsehverbot hättest. Ich mache meinen Eltern dann Kummer, weil sie ein falsches Bild vermittelt kriegen. Nein, das echte Bild. Nein, nein, die vermittelt. Die Schirmklasse, du hast recht. Ich wäre fast auf die Falle getappt. Die kriegen das echte Bild. Nein, nix. Wieso haben die dich nicht lieb, wenn du so bist, wie du bist? Dein vorgespielter Projektions-Schmitti, der da den lieben... Der liebe Herr Schmidt. Der liebe Herr Schmidt, der Telefon-Schmitti, der Telefon-Schmitti, der sollte zumindest in einer intimen Beziehung, wie du sie hoffentlich zu deinen Eltern hast, keine Rolle spielen. Du bist, wie du bist. You are beautiful, no matter what they say, Schmitti. Genau. Words can bring you down, Schmitti. Äh, jo. Also... Also du kannst jetzt gestehen. Du kannst jetzt mal reinen Tisch machen, Schmitti. Ich hab doch gesagt... Gesteh, wer du bist! Es war eine aufregende Produktion. Ich war komplett gestresst. Du hast geraucht! Ich musste mal ganz kurzer Einzug da weg. In dem Moment wurde ich von den Paparazzi da in den Bäumen, ne, wurde ich irgendwie beobachtet, die haben mitgeschrieben. Ja. Und Vater, warum bist du überhaupt bei Twitter? Das ist nix für dich. Und in diesen Hashtag, das ist vollkommen egal. Es interessiert keinen Mensch. Ja. Die Hashtags haben sich auch nicht mehr zu interessieren. Guck dir die Sendung im Fernsehen an und gut ist... Ja, da überhaupt da auf sinkende Schiff Twitter springen. Wie Elon Musk, der läuft jetzt gerade um Twitter herum wie so ein Gebrauchtwagenhändler und sucht Fehler, damit es billiger wird. Und sagt hier, da ist kaputt, da ist kaputt. Aber ich dachte, der hat das schon gekauft und 44 Milliarden bezahlt hat. Ne, ne, er wollte und jetzt ist der gekauft. Aber er hat es nicht bezahlt. Na, Moment. Das ist ja... Man geht ja nicht mit 44 Milliarden in der Hosentasche in den Laden und sagt, das hätte ich gern. Nicht? Sondern das dauert, das ist ein gewisser Prozess. Und jetzt sucht er die ganze Zeit irgendwelche Sachen, die ihm natürlich hätten klar sein müssen, wo er jetzt sagt, ah, Moment mal, ihr sagt, unter 5% sind Fake Bots und Fake Accounts und so, das wollen wir doch mal sehen. Ah. Und jetzt geht er also, und dann macht er so unseriöse Stichproben-Adi. Er nimmt sich 100 Follower raus und guckt, wie sieht's da aus. Er guckt, wo Rost ist bei Twitter. Genau. Und er schaut jetzt genau, ob das wirklich nur 80.000 gelaufen hat. Ja. Dadurch ist der Börsenwert von Twitter schon mal wieder gesunken. Genau. Und dann kannst du das natürlich billiger kaufen. Ah, smart, ja. Naja, was heißt smart, ne? Es gibt halt für diesen Vorgang eigentlich kein richtiges Beispiel, weil niemand ist so stinkereich wie der und läuft rum und macht so einen Scheiß. Ja. Und deswegen gibt es für sowas jetzt keine normalen Abläufe. Aber er benimmt sich wie so ein Junge mit so Kleingeld in der Tasche, der im Kiosk steht und sagt, ich hätte gerne zwei von der Vier, einen von der Sechs, aber halt mit 44 Milliarden in der Tasche. Wahnsinn. Was würdet ihr denn kaufen? Mit 44 Milliarden? Ja, wenn ich so. Mastodon, um alle komplett zu verwirren. Das ist so das neue Twitter-Bagam. Das geht nicht, nein. Aber da, denn das kann man ja nicht, das ist ja der Gag daran. Aber da würde ich vielleicht bitten, vielleicht schieb ihn doch rüber, schieb doch deinen Vater rüber zu Mastodon. Der merkt gar nicht, dass das nicht Twitter ist. Das ist so eine Art, wie soll man sagen, wie so eine Art, es gibt zum Beispiel vor, nicht, dass das jetzt dein Vater, aber mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein, es gibt vor bestimmten Altenheimen, gibt es, Moment, warte. Ich bin 50, mein Vater ist schon im Altenheim, ne? Nein, ist er nicht, aber ich will dir nur was verdeutlichen. Es gibt vor bestimmten Altenheimen gibt es Bushaltestellen, wo kein Bus abfährt. Ja. Weißt du, dass die Leute rausgehen können und sich an die Bushaltestelle setzen können, dann sitzen die da und man weiß, wo die sind und die warten dann da vier Stunden auf den Bus, der nicht kommt und irgendwann kommt der Pfleger und sagt, so, Frau, Frau Meier-Müller-Schmidt. Mittagessen. Mittagessen, sie kommen jetzt mal wieder rein, der Bus hat Verspätung. Gibt es das wirklich? Ja, es gibt es wirklich, ja, ja. Ja, gerade vor Demenzstation, also vor demente ältere Leute, die brauchen gewisse Abläufe und die lieben es, beispielsweise an der Bushaltestelle zu sitzen, weil das zu ihrem Leben dazugehört hat, also wird dann eine Fake Bushaltestelle aufgebaut und das ist offenbar gut, weil es kommt irgendwann der Zustand in einer dementen Welt, in der man die Leute da nicht mehr rausreißen soll, weil es eh nichts bringt, sondern einfach mitspielen. Und Mastodon könnte so die, ich sag mal, die Entsprechung der Bushaltestelle für Twitter sein, für deinen Vater. Man merkt gar nicht, dass man nicht wirklich da ist, es sind alle nett und dann kommt der in irgendeine, da gibt es ja, ich habe vergessen, wie das heißt, da gibt es ja so einzelne Bereiche, in denen man sich dann anmelden muss. Es heißt nicht Bastion, aber irgendwie sowas in der Art, Instanz oder irgendwie so und dann melden wir den da irgendwo an. Klingt irgendwie langweilig. Ja, darum geht es ja. Ja, okay. Es soll langweilig sein und bevor die da wieder alles vollkleckern, auch beim Mastodon mit ihrem, bevor das dann wieder genauso ist wie bei Twitter, kann man jetzt ja noch seine Eltern da erstmal parken für ein paar Monate. Aber ich muss sagen, Schmitty, mit 44 Milliarden, da wäre ich echt überfordert, muss ich wirklich sagen. Das ist so viel, da kann man alles kaufen, was man will und da wüsste ich jetzt wirklich gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Da wäre ich original, dann wäre ich überfordert. Ich würde wahrscheinlich wirklich 90 Prozent spenden, weil ich wüsste gar nicht, was ich damit soll. Aber was ist denn eigentlich aus der Idee von Elon Musk geworden, dass er mit 6 Milliarden den Welthunger stillen wollte? Hat er es gesagt? Ja, der hat gesagt, wenn jetzt hier NGOs oder Regierungen auf ihn zukommen und ihm mal einen vernünftigen Plan vorlegen, wie man, weil das ja im Raum steht, dass das gehen würde, wie man das jetzt konkret machen würde, mit 6 Milliarden den Welthunger zu stillen, dann wird er das sofort machen. Und ja, da hört man nicht mehr so viel von. Der soll sofort zu Stern TV und sich da rechtfertigen dafür. Finde ich auch. Der muss zum Halaschla. Ab auf den heißen Stuhl. Wir sind ja eben schon so mit der Kindheit reingestartet. Und gestern bei Late Night Berlin war ein Großteil der Star Wars Crew, ne? Und das ganze Team rund um die Show, alle wahnsinnig begeistert. Wir haben echt viele Star Wars Fans auch in unseren Reihen. Und als ich so drüber nachgedacht habe, waren die alle völlig aufgelöst und wissen da, jede mit Vor- und Nachnamen und weiß der Teufel was, ne? Jetzt sitzt hier eine Dreierrunde am Mikrofon und wir alle sind eigentlich, muss man ja ganz ehrlich sagen, keine Star Wars Fans. Und ich möchte dem jetzt nochmal auf den Grund gehen. Bei dir, Schmitti, verstehe ich's gar nicht, weil du bist Filmfan, du liebst Filme. Und so wie ich das verstanden hab und wie ich mich ins Thema reingelesen hab, hat George Lucas im Grunde aus einer Aldi-Tüte und ein bisschen Spucke und Oropax eine ganze Welt erschaffen, die er dann abgefilmt hat. Warum hat dich das nicht interessiert, aber Steven Spielberg mit seinem E.T. schon? Und nächste Frage, bist du eigentlich in Wirklichkeit Trecky? Und willst du die Zuhörer heute auf Klingonisch begrüßen? Ist das jetzt das neue Ding? Ist das jetzt das neue Ding? Trecky? Bist doch Trecky. Du hast mir jetzt erzählt, dass du Trecky bist. Also die ernsthafte Frage ist von, ja, ja, das ist jetzt sehr schwach. Da bleib doch bei den Echsen, das hat jetzt irgendwie Hand und Fuß, war was Originelles, aber irgendjemand... Nee, die haben so Füße. Für die Echsen schämst du dich, aber dass du Trecky bist, da kann man doch zu stehen schmitteln. Ach, ist doch spartbar. Wie du da mal Star Trek Voyager da reingezogen hast, wie nichts gut ist. Das ist doch dann unglaubwürdig, wenn du jetzt da jeden Scheiß da mir andichtet, ne? Da bleibt doch so bei so ein, zwei... Ist das schon klingonisch? Ist das schon klingonisch, was so gestimmt? Hast du auch Seacrest mit Roy Scheider geguckt, ne? Auf Star 1. So, jetzt mach mal, erzähl mal, was mit Star Wars ist. Wegen dem Star Wars, ne? Wer ist Bock? Dass das das Kino revolutioniert hat, nämlich der... Warum bist du denn jetzt schon so auf 180? Du sollst ja nur erzählen, warum das... Ich würde sagen, lass ihn doch mal antworten, du Arsch. Ich hab nur Angst, dass er jetzt so hochdreht schon wieder. Nee, tu da nicht, du nervst gerade. Es ist ja völlig klar, dass das das Kino revolutioniert hat, das ist die Geburtsstunde von dem Blockbuster, das Merchandise, hat George Lucas erfunden, wie wir es heute kennen. Also das heißt, es gibt die kleinen Figuren dazu, es gibt... Und auch da gab's ne Zeit, natürlich hab ich irgendwann mal mit Lego gespielt, wir haben die Star Wars Raumschiffe nachgebaut und, und, und. Also es gab schon Berührungspunkte in meiner Jugend damit oder in meiner Kindheit damit, aber es hat mich halt nie so geflasht, also es hat mich nie berührt. Und ich bin einfach kein Fan von so Fantasy-Filmen, also da gibt's keinen, der jetzt in meinem Schrank als Lieblingsfilm deklariert wäre. Aber heute guckst du ja auch gerne Game of Thrones. Und dabei ist es ja auch ne komplett ausgedachte Welt, ne? Ja, aber es funktioniert aber auch auf ne sehr erwachsene Art mit den Intrigen und es ist fast so ein politisches, ja, Intrigenspiel. Und deswegen kann ich damit wieder andocken und sie übertreibt. Also, und ich glaube einfach, es ist, ich will nicht sagen, dass das schlechte Film ist, denn ich kann jeden verstehen, der diesen Kult, ne? Also jeder von uns wollte Luke Skywalker sein, fand die Jedi, Quatsch, die Stormtroopers cool und, und, und. Äh, jeder. Also da gibt's, glaube ich, kaum ein Kind aus unserer Generation, der das nicht gut fand. Und trotzdem würde ich jetzt nie sagen, dass das einer meiner Lieblingsfilme war. Und es hat mich nie so abgeholt. Die Filme finde ich heute auch relativ unguckbar, ehrlicherweise. Und wie war das bei dir, Klaas? Warum hat dich das nicht, äh... Also als Hugh McGregor vor allem da war, habe ich den ganzen Tag immer gedacht, krass, das ist der aus Trainspotting. Ja, ich auch, exakt das. Der hat mich mehr abgeholt als da. Ja, oder Fargo. Ich habe gesagt, geil, ey, Fargo. Ja, weil, also Trainspotting ist für mich ein, ja, irgendwie ein wichtiger Film gewesen. Irgendwie ein krasser Film, der mich beeindruckt hat oder der so viel geändert hat in meiner Wahrnehmung, auch so visuell und überhaupt, wie man Filme überhaupt machen kann. Also wie man so Zustände nachempfinden kann oder wie man das so visualisiert und dann diese Szene, wo es in die Toilette reingeht und so. Also das ist echt der absolute Wahnsinn, finde ich. Aber das war sicher ein anderes Alter als das Alter, wo man so Star-Wars-Fan wird, ne? Wahrscheinlich, ja. Aber die, ähm, ich glaube, das hat gar keinen so ideologischen Grund oder so, dass ich mich da, dass ich gesagt habe, das will ich nicht oder sowas. Ähm, sondern ich habe das irgendwie so ein bisschen verpasst. Ich glaube, manchmal bei so bestimmten Sachen da, wenn dir dann so der Anfang fehlt und man das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie zwei Wochen aufarbeiten, bis man wieder da ist, wo es losgeht. Das kennt man ja auch von anderen Sachen. Und das ist so eine Riesenwelt und manchmal vielleicht machen wir ein bisschen Respekt davor. jetzt so als komplett jemand, der gar keine Ahnung hat, jetzt in diese Welt hineinzukommen, das Gefühl zu haben, ich muss jetzt, also die müssen jetzt erstmal die ersten zwei Filme alle Namensschilder tragen, weil ich überhaupt nicht weiß, was sie da wollen. Das Krasse ist, ich durfte Star-Wars auch nicht gucken, zu Hause, ne? Durfte ich nämlich auch nicht. Ich habe Star-Wars geliebt als Kind, also richtig geliebt, ohne die Filme gesehen zu haben. Oder immer nur so Teile davon. Ach so, durchs Verbot. Ja, oder da hat man mal die Hälfte geguckt. Und was Leute erzählt haben. Und dann sieht man die Modelle, also das waren damals jetzt halt nicht Lego-Modelle, die man im Laden kaufen konnte, die muss man sich dann mühsam nachbauen. Oder es gab halt so wirklich aus Plastik die sehr... Diese Bausätze, ne? Ja, die Bausätze. Und das fand ich so geil. Aber die Filme habe ich dann ewig nicht gesehen. Aber meine Nachbarn oben, die über uns gewohnt haben, ich glaube, da habe ich das dann miteinander... Da habe ich tatsächlich als wirklich kleines Kind habe ich Star Trek und Star Wars durcheinander gekriegt. Weil die jeden Tag, das waren super harte Star-Trek-Fans, und die haben jeden Tag um vier Uhr das aufgenommen, auf Sat.1, und haben das katalogisiert. Ich habe das vielleicht schon mal erzählt, die Nachbarn... Stimmt, dass die so eine krasse Videosammlung hatten. Ja, genau. Ich sage, also die Digitalisierung hat die komplett kalt erwischt. Aber die sind losgefahren und haben halt jeden Tag zwei VHS-Kassetten überspielt, aus der Videothek, also Raubkopie. Und halt aber auch immer Star Trek aufgenommen jeden Tag. Und dann bin ich manchmal halt da hochgegangen und habe dann einfach Star Trek geglotzt. Weil das lief immer. Das musste immer laufen, wenn die das aufgenommen haben. Und ich wusste um vier Uhr oder wann das kam, da läuft das wieder. Und dann bin ich halt nach oben geflitzt und habe mich da zu denen aufs Sofa gesetzt, neben den qualmenden, biertrinkenden Papa, der aber sehr, sehr nett war. Und dann habe ich da in dieser Zigarettenbude, habe ich da gesessen und Star Trek geguckt. Also Star Trek fand ich in jeder Altersklasse das langweiligste, was ich mir gesagt habe. Ich fand es auch langweilig. Ich glaube, das ist das... Ich habe das halt geguckt, weil ansonsten musste ich entweder raus oder konnte gar kein Fernsehen gucken und so. Und da lief immer schön der Fernseher. Bei uns wurde ja immer erst zur Tagesschau angemacht, wenn überhaupt. Das heißt, da oben, da flimmerte den ganzen Tag die Glotze. Das war herrlich. Und dann ansonsten konnte ich im Garten sitzen. Also dann habe ich ja lieber Star Trek geguckt, als gar nichts. Und deswegen bin ich da hochgegangen. Und ich glaube aber durch diese, dann doch, wie du sagst, auch diese Langeweile, die davon ausgeht, weil das ja nun wirklich überhaupt nicht so... Also jetzt, man macht es ja überall fein jetzt. Aber für mich als Achtjähriger war das nichts. Und ich habe das wahrscheinlich zu sehr damit in Verbindung gebracht und dann irgendwie gesagt, ach komm mit euren... Also jetzt interessiere ich mich sehr für Raumschiffe. Damals nicht. Aber das vergisst man so, und jetzt klingen wir vielleicht noch 100 Jahre älter, aber das würde ich so als Fernsehfrust bezeichnen, weil es ja nur den Fernseher gab, um sich dann zu unterhalten. Natürlich hätte man ein Buch lesen können, aber so als cooles Medium gab es eben nur das Fernsehen. War man angewiesen halt auch auf die Programmplanung. Das heißt, es gab eben so Zeiten, da hat man so richtig gefrustet Star Trek geguckt, weil ich fand das auch immer todeslangweilig und war so richtig mit Wut, habe ich mir das reingequetscht, weil einfach nichts anderes halbwegs cooles lief. Und man hat das dann so zur Überbrückung geguckt, bis wieder was kam, was einem mehr interessiert hat. Und ich weiß nicht, ob euch noch dieses frustrierende Gefühl erinnert, man sich so Sachen reingezogen, auf die man gar keine Lust hat, aber es war, wie du sagst, besser jetzt als irgendwie helfen, die Küche aufzuräumen oder irgendwie draußen irgendwas zu machen. Dann hat man sich so durchgequält. Horror. Auch durch manche Talksendungen, die habe ich nur geguckt, weil ich auf Andreas Türk zum Beispiel gewartet habe. Und ich war irgendwann nicht mehr so ein großer Arabella-Fan. Da habe ich mich da so reingequält, weil bei Andreas Türk, wo sie gibt es geilere Assis. Oder Franklin zum Beispiel. Franklin habe ich gehasst. Habe ich überhaupt nicht gern geguckt. Aber habe ich dann eben so mich reingezwängt oder Olli Geissen 13 Uhr auch reingezwängt, weil ich auf das Geile gewartet habe. Es ist komisch, wie man so von so einer Zeit oder so einer Nachrichtenberichterstattung so geprägt ist, wie das Ohr praktisch die Sachen schon anders hört. Wenn du Olli Geissen sagst, höre ich Olli Geichen. Momentan. Das ist so ein Verhörer. Die haben noch nie Talkshows moderiert. Das stimmt. Aber die, ja, ich weiß, wie du meinst. Sag mal, Franklin, ne? Ja. Das ist jetzt vielleicht auch ein Spezialthema. Aber Franklin war mal ein Talkshow-Typer. Ein Talkshow-Modell. Mittlerweile ist er Produzent von so Scripted-Reality-Krams. Ich weiß nicht, was es noch ist. Von dem kam ja der tolle Satz, Fiction geht auch für die Hälfte. Ich glaube, den wird er in seinem Leben nicht mehr los, diesen Satz. Ja. Aber der war auch Zauberer. Stimmt, ja. So, und von was halten wir denn von so 40-jährigen Leuten, die in ihrem Privatleben auch Zauberer sind? Und was sind das für welche? Die also auch viel Zeit dafür aufbringen, zu Hause vorm Spiegel. Jetzt nicht mehr im Ehrlich-Blowsers-Zauberkasten, sondern wirklich mit also teuren Zaubertricks, die man im Internet beim magischen Zirkel oder wie der Mumpitz heißt, ne? Jetzt werte ich es schon. Will ich ja gar nicht. Aber also Leute geben jetzt, sagen wir mal, für einen Zaubertrick 50 Euro aus, würde ich jetzt mal sagen. Und dann hat man das ganze Klimm-Bim da zu Hause. Was halten wir von denen? Also ich bin richtig schockiert, dass du die Story jetzt nicht aufgezogen hast, die Frage anhand von mir. Also dass du nicht sagst, Schmitty, du kaufst ja da in deinem Echsen-Zirkel, kaufst ja für 50 Euro jeden Tag. Du bist Rollenspieler. Du hast ein völlig falsches Bild von dir selber. Du wärst wohl gerne so ein Zauberer. Aber das bist du nun nicht. Weil du bist nicht jemand, der dann sich so einen Trick erfriemelt. Du bist ein Hexer. Das bist du. Ja. Du bist ein Hexer mit Cremes und Pasten und Tee aus Baumrinde in der Fantasie. Ne? Mit deinen anderen. Ich hab überlegt, ob ich zum Zauberkurs gehe. Ja? Hm, echt? Ja. Weil der Knut, das ist der Herstellungsleiter von Bunny Jail Productions und der hat vorher bei uns gearbeitet. Das ist doch ein 40-Jähriger mit Zauber-Skills. Was halten wir von dir? Und der zaubert immer auf Partys. Das finde ich aber cool. Das meine ich. Aber das finde ich aber cool. Wenn ich dann besochen bin, da war ich schon so fasziniert. Ich hab's einfach nicht geblickt. Ich hab nicht verstanden, wie der es schafft, dass meine Brille von dem einen Tischende zum nächsten wandert. Ich konnte es nicht erklären. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt auch so, ich hab schon gegoogelt, wo es hier in Berlin so Zauberschulen gibt. Sollen wir das nicht zu dritt mal machen? Ein Zauberkurs. Wir machen einen Zauberkurs. Nee, hab ich immer keinen Lust. Also ich fände es gut, wenn du das machst. Du hast keinen Lust. Nee, was, Moment. Ich lass mich davon gerne unterhalten. Aber jetzt mal eine Sache und sag nicht sofort nein, bitte. Hör zu erst mal. Wir gehen auf Tour mit Schmittis Zaubershow. Nein, jetzt lassen wir eben. Ich muss jetzt vorsichtig daran. Ja, jetzt sind deine Psychologie wieder. Nein, wieso? Ich verrate das doch jetzt alles. Aber ich will dich wirklich nicht überfahren. Sondern denk mal drüber nach. Das ist gar nicht böse gemeint. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, also, wenn du jetzt sagen würdest, du machst jetzt zum Beispiel drei oder vier Wochen, ich weiß nicht, wie lange man braucht, bis man sehr gut zaubern kann. Du musst also jetzt einen Zauberkurs machst du jetzt. Ich google das mit dir, wo man hingehen kann. Ja. Und wenn du dein Zauberer bist, würde ich dir praktisch eine Plattform bieten. Oh, das ist gut. Wo du vor vielen Millionen Menschen deinen Zaubertrick vorführen kannst bei Late Night Berlin. Und du darfst dir auch den, also du darfst dir den Auftritt, du darfst dir Sachen wünschen, was wir machen, also Pyro oder Was du willst. Requisite oder wie du willst. Und du könntest dann einen, deinen besten Zaubertrick bei Late Night Berlin zeigen. Ja oder ja, Schmitti. Du hättest die ganze Sommerpause Zeit. Du kannst es am 8. September machen. Aha. Ne. Jetzt sag nicht sofort nein. Das ist doch jetzt auch enttäuschend für die Zuhörer. Die wollen jetzt irgendwie da auch mitlachen und so. Und ich muss dann nein sagen, genau wie ich nicht zu Kai Pflaume in die Show gehe. Es ist doch jetzt irgendwie, ihr müsst es doch auch mal begriffen haben. Ey, du bist ein Richtiges. Bevor ich euch den Zauberer mache, da bei Late Night Berlin. Uns den Zauberer. Du hast gerade freimütig zugegeben, dass du einen Zauberer Volkshochschulkurs machen willst. Wo wolltest du denn dann zaubern, wenn du das kannst? Wo willst du denn zaubern? Ja, sag mal. In deine Bude? Wie zu Hause. Ja, den kannst du mal vorzaubern. Vor deine Eldenringfreunde. Im Internet was zaubern. Ich zauber dir auch gleich mal eine. Uns hier so anzufixen. Bin auch enttäuscht. Ey, die haben fix die Zähne gezogen. Echt? Ja. Wie? Ja, wie. So wie ich sage. Alle Zähne. Ich glaube. Ich weiß nicht genau. Aber die musste wohl weg. Und was ist da jetzt? Ja, also zumindest jetzt keine harten Sachen mehr. Eher so Pampe. Wie? Pferdepampe ist da jetzt. Och Mensch. Ja. Kann man da was aufmutter? Ja, man könnte ihn besuchen. Meinst du, er wird sich freuen? Ja, sicher. Also du, wie das so ist, ne? Auch wenn die Oma langsam älter wird und selbst die vierten irgendwie die meiste Zeit im Glas liegen. Meinen hat mich eh nicht erkannt zum Schluss mehr. Denkste? Du weißt nicht, ob ich ihr da eine Freude gemacht habe. Er hat gesagt, wer sind sie denn? Da habe ich gesagt, ich bin dein Enkel. Und das war's. Jakob, erklär doch mal, wann du dein Pferd besuchen gehst. Und, ähm, ja, also, erstmal muss es ja auch für Fix selber passen, Schmidt. Ist wieder typisch, wie du da denkst, dass ich da das entscheidende Rat am Zahnrad bin. Es muss ja auch für Fix passen. Der hat ja auch einen vollen Kalender. Der ist auf der Koppel, da ist er auch am Tun und Machen. Muss für ihn auch passen. Erstmal frage ich ihn. Nicht immer ich, ich, ich. Hier Medien, Arschloch, ich, ich, ich. Ich frage Fix erstmal. Ich habe noch eine Zusatzinfo, für die, kannst du die traurige Musik ruhig mal ausmachen, was jetzt kommt, das ist einfach nur bezeichnend. Ja. Das kann man, glaube ich, übertragen auf dein Verhältnis zu diesem, zu diesem armen Seniorenpferd. Ich war letztens im Büro und hatte Kopfschmerzen. Und dann habe ich Melina gefragt, ob sie eine Kopfschmerztablette hatte. Ich ahne, worauf das hinausläuft. So. Und dann habe ich zu, hat sie gesagt, ja, ja, wir haben hier so eine Medikamentenbox für Drehs und so, da ist eigentlich alles drin. Und dann sind wir also hinten in diesen kleinen Raum hinter der Kaffeemaschine, da wo der Kühlschrank ist und der ganze Müll da drin liegt, wo du mal deine geklauten Ebay-Sachen da verschanzt. Nein. Ja, genau. Und in dem Raum ist die Medikamentenbox und die haben wir dann aufgemacht und dann war auch da nichts. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das? Und da war so eine, so eine Creme war da, ne? Und dann hat Melina gesagt, ach, das ist von Jakob. Und ich sage, das ist von Jakob, das wollte er haben für einen Dreh. Ich sage, hä? Und dann gucke ich da drauf, das ist ja, Intimcreme heißt das. Intimcreme. Und dann sage ich, hä, was für eine Intimcreme? Was will der denn auf dem Dreh mit einer Intimcreme? Ja, guck. Dann war es so, das war, das hat er uns nicht erzählt, Jakob musste doch mit uns zu den Fröschen, zu den Kröten. Ja, ja. Und die Idee war natürlich, das hat er am Ende nicht so hingehauen, aber er wusste ja, er wird wahrscheinlich Kröten auf die Hand setzen müssen, damit er die auf die andere Straßenseite setzt, ne? Sorry. Ja. Und weißt du, was er sich dann davor besorgt hat, das hätte er heimlich benutzt? Der hat sich eine, irgendwie aus irgendeinem Grund für den Intimbereich offenbar, aber er hat es anders genutzt, er hat sich eine Creme besorgt, die er sich auf die Handinnenfläche machen wollte, um die Haut zu betäuben. Ja, Benzokain. Und du hättest wahrscheinlich den Frosch umgebracht. Nein. Ich hätte das in meine Handflächen gemacht, dann wäre meine Hand, das ist ein lokales Betäubungssalbe, wo man dann nichts mehr fühlt in den Händen. Ja, aber die Kröte nimmt das doch auf über die Haut, natürlich. Nein, nein, ich hätte das vorher, nein, das stimmt wirklich nicht. Es geht doch jetzt gar nicht um die Kröte, es geht darum, wie angewidert muss man von Lebewesen sein. Ich hätte meine Hände damit eingeschmiert, dass ich praktisch selber auch die gar nicht mehr fühle, die Hände, aber in der Kamera hätte man es nicht gesehen und dann hätte ich die so angefasst ganz früh, ich hätte dann so praktisch ein guter Bella Figura machen können, wie herrlich und nett ich mit den Kröten bin, aber in Wirklichkeit hätte ich sie gar nicht gefühlt. Das ist so krank, Alter. Du hast aus Versehen dein Herz damit eingeschmiert. Ja. Ben zu Kainsalbe, also für Taubehaut. Ich hätte es verstanden, wenn du das als Gag mitnimmst, so für die Kamera da so ein bisschen, aber nein, du machst es halt wirklich, die Produktion musste dir das besorgen. Und Melina, da war das ganz peinlich, weil ich hab dann gesagt, was ist denn das? Und dann wollte sie mir das gar nicht sagen. Echt? Dann hat sie gesagt, was ist denn das? Dann hat sie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich dir das sagen darf. Und gesagt, ja, wofür ist denn das? Oh Gott. Ja, das wollte sich Jakob in die Hände schmieren, damit er die Frösche nicht spürt. Ja. Das riecht krank, Alter. Das riecht krank, oder? Weißt du, was macht er denn, wenn er fix besuchen geht? Ich hab, weißt du, was ich da gemacht habe? Propofol, oder was? Weißt du, was ich gesagt habe? So eine Vulkanausrüstung. Er hat sich Propofol rein und liegt dann auf der Wiese. Ich war da, technisch. Ich war technisch da. Gut, ich hab vier Stunden unter, ich hatte eine Vollnarkose und lag also in der Vollnarkose einfach vier Stunden im Stall neben Fix, aber mir kann technisch niemand vorwerfen, dass ich nicht bei ihm gewesen wäre. Ich hab da einen anderen Plan, falls es so weit geht. Was denn? Wirst du Fix betäuben? Was machst du? Kommst du in so einem Sorbingball? Ist auch gut, ja. Das wäre eine Idee, oder? Für Jakob, dass er so in so einem Sorbingball, da geht er rein und dann rollen wir ihn zu Fix und dann kann er so durch so eine Plastikschicht, kann er dann so den anfassen. Ich hab einfach Angst, dass Fix selber auch mich beißt, weil er dann merkt, dass... Ja, kann ich beißen, dann nicht mal mehr Zähne, du Affe. Gut. Und was, wenn er mich irgendwie so in Würgegriffen nimmt, weil er mich nicht leiden kann? Schwitzkasten, in Schwitzkasten. Oder tausend Nadelstiche macht. Ja, Brändeste bei mir macht. Ja. Oder Wut. Ja, das kann natürlich sein. Ein Eisbein gibt er dir vielleicht. Ja. Das kann der wirklich. Kann der wirklich, ja. Dass nie von hinten an ein Pferd ran trägen. Ja, aber ich glaube, bei Fix siehst du es kommen, wenn er dich tritt. So blitzschnell ist der jetzt auch nicht. Ja, ich würde den vielleicht mal besuchen, mal schauen, wenn es ihm passt, aber reich mal nach. Ich gucke den seit drei Minuten an, ich versuche irgendwie was zu lesen in ihm, was nicht da ist. Ich versuche da irgendwie was hinter die Fassade zu blicken, ich starre dich an und ich komme nicht drauf, es wird keine Lösung geben. Ich gucke auch manchmal, ich gucke manchmal bei sowas in Jakobs Augen und gucke, ob hinter diesen Augen irgendwo, man denkt ja, da blitzt die Seele auf. Und manchmal nicht. Ich liebe wirklich alle Tiere, ich finde die klasse. Habt ihr erst hier geguckt? Ja, sicher, Datt. Du auch? Klar. Habe ich nicht geguckt. Warum interessiert dich das? Es ärgert mich, dass dich das nicht interessiert. Das ist dein Berufsfeld. Ja. Mal sehr weit gefasst. Man sagt Blödsinn an, das machst du auch, seit zehn Jahren. Das ist richtig, aber da habe ich auch genug zu tun noch. Also das ist ja, also ja klar, ich sage jetzt nicht, dass es mir zu unintelligent ist, mir ist das zu langweilig. Also weil diese Faszination am Schrott, den kann ich nicht so lange aufrechterhalten, weil mir ist das dann nicht schrottig genug manchmal und es ist immer auf dieselbe Weise schrottig. Und es ist dann immer dasselbe. Und dann finde ich, manchmal finde ich, also was mir mehr Spaß macht ist, wenn da wirklich was cooles ist, zum Beispiel mit dem Bühnenbild oder so. Manchmal machen die ja so Bühnenbild-Sachen, die irgendwie innovativ sind. Ja. Und dann überlegt man sich, wie wäre das jetzt, wenn nicht super furchtbare Musik dabei laufen würde. Dann wäre das ja gar nicht so eine schlechte Idee mit, keine Ahnung, dem LED-Boden oder mit dem Wasser auf der Bühne oder ich weiß nicht, was die so machen. Die Inszenierung ist manchmal ganz gut. Aber auch nur als Inspiration für gute Sachen. Ich finde den ESC an sich alles besser als Krieg, aber trotzdem muss es meiner Meinung nach nicht sein. Ja, komm. Ich bin wirklich mit Psychopathen hier. Ich bin mit Psychopathen hier in dem Raum. Wieso? Weil einer mag keine Kröten, der andere mag jetzt die... Der eine hasst alle Tiere, der andere hasst den ESC. Du hast ESC, das ist ja was ganz Neues, was man ESC nicht mag. Warum, was bist du? Du bist ein richtiger Superfan, oder? Ein Tierfreund und ESC-Fan. Du sitzt mit deinen Kröten auf der Schulter, sitzt du da und guckst dir an, wie Moldawien so richtig losledert. Ich fand es in dem Fall natürlich, ich fand es schön, die Symbolkraft des Durchmarsches der Ukraine da, das fand ich wirklich toll. Da fand ich auch, dass zum Beispiel so Sachen, die mich normalerweise nicht interessieren würden, wie das Fußballspiel von der ukrainischen Nationalmannschaft, die gespielt haben, gegen Borussia Mönchengladbach auf ProSieben, wurde es übertragen. Sowas finde ich wirklich toll und in dem Fall fand ich das da auch toll. Und ich hab mir auch schon sowas angeguckt. Ich hab sogar mal einen Job gehabt, da hab ich so Flyer verteilt für eine Gildo-Horn-Party. Was? Ja, da war Gildo-Horn-Party, siebter Platz in Birmingham und da war Gildo-Horn-Party mit Nussecken und einem Tralafti in Oldenburg in so einer Kneipe und mein Job, also ich hab da Geld verdient, hab ich vor so einer Veranstaltungshalle, hab ich Flyer für die Party verteilt, dass die Leute da hingehen, hab ich Geld verdient. Muss ich eine Hose, die unten so auseinander geht, eine Schlaghose. Hattest du an? Also wie Gildo halt, ne? Hatte ich an, genau. Oh, Nussecken auch verteilt? Ne, Nussecken gab's dann auf der Party. Klasse. Aber, ja, Geld ist Geld. Aber um jetzt den Bogen nochmal zu finden. Besser als den Hundereport zu verteilen und eigentlich heimlich zu Hause in der Garage zu stapeln. Wie alle, die den Hundereport ausgetragen haben. Den Tierfreund. Was ja wirklich interessant ist am ESC ist, dass erstmal ein Land, nämlich das Ausrichterland, der Sieger des letzten Jahres, mit einer Shitload of Money, also unfassbar viel Geld und allem, was das Fernsehen auffahren kann an inszenatorischen Möglichkeiten, Licht, Nebel, Wasser, weiß der Teufel, das alles können die kaufen und machen, wie die wollen. Das ist ja erstmal ein schönes Experiment. Was machen jetzt Italiener, die das alles Geld der Welt bekommen, um eine geile Bühne zu bauen, um das cool zu machen, um alles zur Verfügung zu stellen für so einen Entertainment-Abend? Weil es ist ja auch, der ESC ist auch ein Schaulaufen, was man so in der Bühnentechnik, in der Studiotechnik machen kann. Wie eine lebendige Ausstellung. Wie eine Messe eigentlich, nur dass sie direkt aus allen Zutaten eine Show machen und das ist natürlich erstmal spannend, weil wir, wenn wir so Sendungen machen, wir haben ja nicht immer ein Prozent von dem Budget, was da an einem Abend rausgeknallt wird. Und das ist ja erstmal interessant zu sehen. Ich meine, skandinavische Länder haben da schon sensationelle Sachen gezeigt, wo einem wirklich die Augen rausgefallen sind, weil man das gar nicht fassen konnte. Die dann auch jahrelang kopiert werden und irgendwann landen sie auch bei uns so mit unseren Shows. Also das ist die LED-Technik, was kann man damit machen, wie kann man die in eine Performance mit einbauen und so weiter. Das entsteht oft beim ESC. Aber wie, Schmidt, würdest du sagen, haben die Italiener, wie sind die mit dieser Verantwortung auch, dieser gigantischen Geldsumme umgegangen, was haben die daraus gemacht? Die haben gesagt, Mensch, wir haben ja viel Geld, wir bauen einfach alles ein, alles ohne Sinn und Verstand. Einmal alles aus dem Katalog. Dann schraubt es einfach irgendwie zusammen. Können wir nicht haben, haben die gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, dann wollen wir aber bitte alles Licht, was es auf der Welt gibt, wollen wir da reinstellen. Und das schalten wir auch immer an. Ja, immer an. Und wir überlegen uns mal gar kein Konzept für die Bühne, was das irgendwie darstellen soll, sondern einfach alles rein. Und so wie ihr das zusammengeschraubt kriegt, liebe Schraubleute, so filmen wir das auch irgendwie. Ein Wasserfall kann man im Studio bauen. Klasse Idee. Lass die machen. Auch gar kein Sinn. Aber da kommt noch ein Wasserfall unten rein. Und oben ist aber, man sieht den Wasserfall nicht, weil oben eine Milliarde Lichter angehen, die ganze Zeit. Und es klingt jetzt besser, als es ist. Es war einfach richtig beschissen, weil diese ganze Bühne überhaupt kein Konzept hatte. Es war nicht zu erkennen, worauf man wollte. Die haben echt einfach nur geprotzt. So eine richtige Materialschlacht. Wirklich Materialschlacht, ja. Richtige Scheiße. An der Decke, an der Decke, alles ein Licht, dann dieser Wasserfall von dem Gespräch, der war ja, sagt man, die Bühne und in der Kante von der Bühne Richtung Zuschauer, da lief einfach Wasser. Ja. Man wusste nicht wieso. Kein Schimmer warum. Einfach alles rein. Und ich glaube, so machen Italiener auch Fernsehen. Man ist doch immer auch begeistert. Das war nicht so eine Art Rinne, dass die Leute nicht ständig zum Klo müssen oder so? Stimmt, das könnte sein, dass es Stehpiss war. Meinst du, das war so eine Pissrinne vielleicht für die Zuschauer und Zuschauerinnen? Aber man ist auch immer so fasziniert, wenn man in Italien im Urlaub ist und man zappt dann mal so durch Rei Uno, Rei Due und so. Das italienische Fernsehen ist ja auch komplett anders. Die Leute haben bunteste Sachen an. Oder nichts. Es ist alles hell. Die Frauen sind alle nackt. Die Männer sind alle uralt, haben eine Halbglatze und einen rosa Anzug und dann machen die da irgendwie Tittenshow und spielen Spiele und irgendein alter anderer Opa singt und so. Es ist alles völlig, also wirklich wie ein Fiebertraum ist dieses Fernsehen. Ich habe da mehrere Erfahrungen mitgemacht. Zum einen habe ich mal irgendwann Michelle Hunziger in der Show gehabt und es war ein Freitag, glaube ich. Und dann musste sie irgendwie los, weil sie abends noch nach Rom oder irgendwo hin musste und dann eine Show gemacht hat für Rei Uno oder Rei Due, ich weiß nicht mehr genau. Und dann viertel nach acht, Primetime, hat sie da irgendwas moderiert. Dann habe ich gesagt, okay und wie lange geht die Show, habe ich gefragt. Dann hat sie gesagt, naja, das weiß ich noch nicht so genau. Die geht meist so lange, wie die Konkurrenz sendet. Das heißt, wenn Rei Uno länger sendet, dann sagen die in der Regie bei Rei Due, schick die Tänzerin rein. Mehr Busen. Wir müssen anbußen gegen Rei Due. Genau, wir machen noch eine halbe Stunde länger. Dann habe ich gesagt, ja, was macht ihr dann? Ja, da wird noch mehr dann erzählt und verlabert und so. Das hat also gar keinen Sinn. Das ist so ein bisschen einfach wie eine Party, die dann gar nicht mehr aufhört. Wo man sagt, was machen wir jetzt noch? Und weiter geht's und so. Und ich war jetzt, ich habe letztes Jahr ja gedreht in Rom und da war ich in so großen Filmstudios. Und in diesen Filmstudios, mitten in Rom, waren auch einzelne Fernsehstudios. Und immer zum Wochenende, zum Freitagabend, gab es dann da so Betriebsamkeit. Betriebsamkeit. Dann wurden also italienische Fernsehshows da aufgezeichnet. Und es war immer wahnsinnig lustig, weil man natürlich nicht wusste, worum geht es in dieser Show. Man sah aber nur, wer da rein und raus ging. Und man dachte, also egal, was ihr macht mit diesen Leuten in diesen Klamotten, es wird riesen Quatsch sein. Und es waren irgendwelche Fernsehshows, die dann auch so alle geguckt haben. Ich habe dann irgendwen da gefragt, was macht ihr denn hier für eine Sendung? Ja, so und so heißt das und das gucken alle. Und dann saßt du auf einmal, kann er an, ging die Tür auf und dann kommen vier so Opas raus mit so großen gelben Helmen auf. Und laufen irgendwo hin und trinken so einen Schluck aus so einem Plastikbecher und gehen wieder rein. Dann kommen auf einmal vier Asiaten in so glitzernden Höschen raus. Und man denkt, was macht ihr denn jetzt? Dann 20 Tänzerinnen in so großen, fast brasilianischen Karnevalskostümen. In so glitzernden, so. Völlig verrückt und auf einmal tragen zwei so einen Kajak an dir vorbei. Und du denkst, was macht ihr hier? Aber ich meine, da muss man jetzt ehrlich sagen, so mancher internationaler Gast hat sich wahrscheinlich bei, zumindest auch bei Halligalli schon sehr gewundert, was da aufgefahren wurde im deutschen Fernsehen. Vor allen Dingen gab es ja immer diesen Irritationsmoment, den geplanten, auch bewusst unkontextualisierten Moment des Counter-Moments. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Samuel L. Jackson, der bei uns war und redet also über Star Wars in dem Fall. Und dann rollt aber ein Mann rein, nackt auf dem Rhönrad. Und wenn ein Mann nackt auf dem Rhönrad von der Seite so reinrollt, dann wissen wir alle, dass der witzige Moment ist, wenn er auf dem Kopf steht, weil ja nicht nur der Mann dann auf dem Kopf steht, der nackt. Alles am Mann. Alles am Mann steht dann auf dem Kopf und da muss man dann lachen, weil man halt denkt, guck mal, der guckt in die falsche Richtung. Das ist der Gag. Das ist der ganze Humor dieser Szene. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich dann so einen scharfen Blick an der Kamera vorbei zu meinem Press-Agent rüberwerfe und sage, where the fuck hast du mich hingebracht? So wie in dem Tocotronic-Song, man hatte mich hierher gebracht. Im Rotary-Club. Und dann sitzt du da. Also das kann ich schon verstehen. Oder die Robbe da, wo der Arsch rausguckt. Ja, Kunst. Logisch, soll man nicht dagegen anwettern. Das war auch immer, also ich glaube, das haben wir auch schon öfter gesagt, weil unsere Kollegin Katharina Kark, die dann immer den Moment halt ab, also wir konnten uns ja dann verpissen oder in der Regie einsperren, wenn solche Momente waren. Und sie musste aber dann den Samuel L. Jackson wieder entgegennehmen. Also wir haben ihn quasi verbraucht und dann ging er hinter die Kulisse ab und da war die erste Ansprechpartnerin dann Katharina Kark, die so die Reaktionen dann immer mitkriegen musste. Und das war mal schön und da haben die gesagt, ach, das war ja eine tolle Sendung. Es war aber auch manchmal so, dass sie so die erste Reaktion halt abgekriegt hat. Und auch die Frage, was das hier alles soll und ob man ihn verarschen will oder diesen das. Ja, ach, das weiß ich noch. Da kam zur Ehrenrettung bei Samuel L. Jackson, war ich Wladimir Klitschko sehr dankbar, weil der war dann irgendwie der nächste Gast. Und der kam ihm dann sofort so in die Arme gelaufen und dann kannten die sich. Und dann haben die so miteinander gesprochen und das fand der dann gut. Und dann hat er irgendwas vom Boxen erzählt, ja, ja, bla, bla, Las Vegas, ja, ja, stimmt. Und dann haben die so miteinander geredet und dachte ich, ach, sehr gut, die neutralisieren sich gerade so gegenseitig. Und hinten dran ist das Röhnrad gefahren. Hinten dran fällt das Röhnrad so aus der Deckung raus aus dem Studio und ich denke so, okay, die sollen da miteinander reden, das ist ja sehr gut. Die interessieren sich voneinander, fühlen sich sehr wohl, wunderbar, alles in Ordnung. Das ESC-Fazit muss aber zumindest noch, da muss noch Erwähnung finden, dass ich finde, dass unser deutscher Beitrag, ich glaube Malik Harris heißt er, der Sohn von Ricky Harris, Talkshow-Legende, Ricky Harris, his Sohn, ist für uns angetreten und der hat echt da einen guten Auftritt gehabt. Das war in diesem ganzen Peinlichkeiten-Panoptikum, war das, finde ich, noch eine echt der völlig Dinge, die in Ordnung waren. Das war völlig unpeinlich. Doch der Fehler. Kann sein, dass es nicht schrill genug war. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, die schwedische Nummer, die war auch gar nicht so schrill, sondern es war eigentlich eine ganz coole Pop-Nummer, die ist weit oben gelandet. Es gibt ja noch mehr Attribute außer schrill. Es gibt ja auch noch innovativ oder es gibt ja auch irgendwie berührend. Es gibt ja auch irgendwie, nichts davon war das. Gibt es auch die Kategorie gut? Gibt es auch, aber das war wirklich nicht schlecht. Nein, es war Sicherheitsfußball. Es war wirklich Sicherheitsfußball. Man hat gedacht, da macht man was, was keinem auf den Sack gehen kann. Man hat sich auch verrechnet. Man hat gedacht, da wird wieder ganz viel schrilles Theater sein und irgendwelche Orks da auf der Bühne rum und so weiter. Wir machen Handmade Musik und so. Dann war es aber auch einfach, natürlich ist diese Loopstation durch Ed Sheeran weltweit bekannt. Dann kommen die da mit der Light-Version da um die Ecke. Der Song ist okay, der spürt sich so durchs Radio durch. Aber das interessiert natürlich kein Schwein. Und wenn danach irgendwie Sachen, die wirklich einen bewegen oder wo man so sagt, das ist so verrückt, das will ich. Und das ist das gewisse Nichts. Und völlig zu Recht. Also ich finde, null Punkte ist halt hart. Null? Ja, sechs Punkte am Ende. Aber letzter Platz, sechs Punkte, null Punkte von der Jury. Das ist zu hart. Ist zu hart. Das hat der Bub nicht verdient. Hat er nicht verdient. Aber es war halt trotzdem ein Trauerspiel. Ich dachte, der kam ja so in der Mitte. Und bis dahin war nur Scheiße. Ja, Horror. Und da habe ich gedacht, ey, der hat wirklich Chancen in die Top Ten zu kommen. Und danach kam aber ein Knaller nach dem anderen. Und da wusste man schon, das wird nichts. Weil man hat ihn auch echt einfach vergessen. Dann muss Raab nochmal kommen. Muss nochmal die Schublade aufreißen. Gucken, was da drin ist. Alf Igel. Jetzt zieht erst mal Mario Basler mit seiner Frau ins Sommerhaus der Stars ein. Ja. Das ist jetzt erst mal auf der TV-Tagesordnung die Premium-Meldung. Ich gucke einmal kurz hier in die Schublade, wo das ganze Geld ist. Nein, aber klar, es muss ja wohl erlaubt sein. Nein, es ist kein Geld da. Aber es ist doch... Es ist ja leer, die Schublade. Pass mal, aber wir müssen hier einen Unterschied machen. Das ist wie bei einem Online-Medium ist das der sogenannte Header. Ich sage einfach nur, Mario Basler und seine Frau ziehen ins Sommerhaus der Stars ein. Es wird ja irgendwann auch im Fernsehen laufen. Ich wäre bereit. Und ich denke, Schmitty, auch, dass wir uns das anschauen. Absolut. Liebe Kollegen von Seagate, liebe Nina, Produzent von Seagate, bitte schick jetzt die 37 Euro rechtzeitig, damit wir auch direkt mit der ersten Folge hier dabei sein können. Ich habe zahlreiche Anfragen, wo mich Leute fragen, wie meine Paypal. Ja, die wollen uns privat das Geld schenken. Das ist wirklich traurig, damit wir über den Kampf der Reality-Stars reden dürfen. Nein, du verhinderst das, was die Leute hören wollen. Nimm das Geld. Die Leute wollen auch hören, was das Leckerste ist, was ich in Paris gegessen habe. Da ist auch alles voll im Postfahrt. Hey, aber ganz ehrlich, was mich wirklich interessiert, also nehmt doch das ganze Geld von den Leuten. Nein, wir sind doch nicht bei Patreon oder so und betteln da bei den Leuten, dass wir unsere Scheiße reden können und die sollen uns da Spenden machen und dann verdienen wir 10.000 Euro im Monat, weil irgendwelche armen Seelen uns da hart erspartes Geld hier in den Rachen schieben, damit wir unsere Kacke labern können. So machen wir es ja eben nicht. Ich fände es gut, wenn ihr jetzt von irgendwelchen Zuhörerinnen und Zuhörern Geld nehmt und irgendwann euch das so richtig um die Ohren fliegt. Was habt ihr mit dem Geld gemacht? Wo sind die Spendenkündigungen? Das kommt nämlich auch noch dazu. Und dann kriegt ihr so richtig den Christian Wulff wegen so einem Gegenwert von einem halben Bobbycar, kriegt der so einen Riesenärger. Da sitzt der Böhmi da mit den Füßen auf dem Tisch und sagt, da haben die Schmidt und Lund da 37 Euro eingenommen. Die haben gesagt, die reden über Reality-Fernsehen. Das Geld war nie wieder gesehen. Ist das versteuert? Wo hat Lund da Kaffee gesoffen? Was hat Schmidt die mit der Kohle gemacht da? Das ist alles Scheiße. Wir nehmen das nicht an. Ja, ist so. Ich bin ja guter, alter, treuer Zuschauer meiner eigenen Sendergruppe und deswegen gucke ich natürlich den Club der guten Laune. Das gucke ich sehr gerne, weil das ist Fernsehen für mich. Und jetzt habe ich von einem Informanten, von einem Informanten, den ihr auch kennt, weil es heißt ja, weil Marc Terenzi wollte sein, nee, wollte... Warum darf er denn jetzt über... Das ist ja völlig bizar, mir platzt der Kopf. Warum sollst du denn jetzt über die Sendung haben? Ist das in deinem ProSieben-Gehalt drin, du Bonzer? 37 Euro für Club der guten Laune oder was? Ich rede nicht über die Sendung, ich rede über Geschehnisse daneben. Ja, würden wir auch, wir würden über die Geschehnisse daneben. Nee, würden wir nicht, Schmidt, wir wissen gar nichts, was die Geschehnisse daneben sind. Also, es ist so, ich habe in der Zeitung gelesen, dass Jenny Elvers 50. Geburtstag gefeiert hat und Marc Terenzi aber es vorzog, besoffen auf Mallorca zu sein. So, und da gab es wohl Knatsch. Und dann hieß es, vielleicht sind wir doch nicht mehr zusammen oder so, ne? Irgendwie so. Jetzt habe ich aber... Weiß man nicht genau, du musst dich auch rechtlich absichern. Ja, irgendwie so, vielleicht so. Wenn der besoffen auf Ibiza war, hast du ein Problem. Habe ich nur gehört. Es kann doch sein, dass er zum Beispiel nur Tee getrunken hat. Das kann alles sein. Ich weiß das ja nicht. Ich kann ja nur wiedergeben, was für Gerüchte so durch ihn raus. Dann habe ich aber gestern ein Foto bekommen, selber gemacht von meinem Informanten, wie die zwei doch miteinander reden auf der, also auf einer Terrasse. Ach, zeige ich mal. Zeige ich dir. Also das heißt, wir können hier vermelden, sind noch ein paar. Weiß ich nicht. Wollen wir so einen Promi-Flash-Sound haben, so Promi-News-Blitz oder so? Exklusive Promi-News-Blitz. Ich wusste nicht mal, dass sie vielleicht wieder getrennt sind. Warte, das ist ja immer mal was Ärger. Zeig mal. Das sieht jetzt aber nicht sehr glücklich aus. Die sind beim Frühstück da ganz gemütlich. Das sieht aus, als würden sie die Schallpapiere hin und her reichen, zur Unterschrift. Ich finde, das sieht okay aus. Wollte nur sagen. Sind zusammen, ne? Ihr interessiert euch mal für sowas. Jetzt komme ich mit so einer brandheißen Meldung und jetzt tut ihr so, als wäre das nichts. Aber Mario Barst wäre im Sommerhaus, ne? Katalot auch dabei. Sascha Mölders, den unterschätzt man. Den kennt niemand, der nicht Drittel Liga anguckt. Das ist ein Knipser gewesen, ne? Das ist so ein Fett. Ich dachte, das wäre eine Metapher für Scheiß-Fernsehen. Ich dachte gerade, jeder, der nicht Dritte Liga guckt, so Trash-Fernsehen. Übrigens, meine Oldenburger, die sind, wenn alles gut geht, also VfB Oldenburg ist bald in der Dritten Liga. Die Oldenburger Frösche? Die heißen nicht Frösche. VfB Oldenburg sind bald in der Dritten Liga. Ich habe meine Mutter angerufen, die war im Stadion. Ach, da können die gegen Lautern spielen bald. Was heißt denn, wenn alles gut geht? Ja, da muss man... Weil die Liga ist ja vorbei. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe es nur gelesen. Ist es vorbei? Ja. Sind die jetzt aufgestiegen? Weiß ich nicht. Sag du es mir. Ich weiß es doch nicht, meine Güte. Ich habe doch noch in den Artikel gelesen, weiß doch ich nicht, wie alt er ist. Also so alt kann er nicht sein. Ist es vorbei? Ist es vorbei, außer sie sind in der Relegation, was mich jetzt aber wundert. Ich glaube, das ist so. Weil, Klaas, ist dir bewusst, dass Schmitty und ich in der Relegation sind? Ja, jetzt lass mich doch... Heute ist es mir im Mittwoch. Jetzt habe ich ja jetzt... Ja, der mit der PFL Oldenburg. Du hast doch nicht mehr die Infos. Du hast gar keine Infos. Du willst hier Fußball-Talk machen, du weißt aber gar nicht. Du bringst gar nichts an den Tisch. Wie oft man hier angeschrien wird, ne? Ja, weil ich lange werde ich sauer. Nein, es ist jetzt folgendermaßen. Ihr seid so richtig... Ich google es jetzt, ja gut, dann geht weiter. Es ist so, die brauchen ein Stadion und das ist nämlich das Problem... Und das kaufst du denen jetzt oder was? Nee, wir haben jetzt 15.200 Plätze, was wohl okay ist, weil man braucht wohl irgendwie mindestens 15... Es gibt aber keine Flutlichtanlage und keine Rasenheizung. Ja, dann kauf dir das doch. Dann ist das Häufer-Umlauf-Stadion. Dann schnippst du einmal, ist das da. Ist das spitze? Keine Ahnung, also ich muss mir irgendwie zusehen, wie wir das... Ja, bezahlst du wie Elon Musk im Welthunger, machst du denen da die Laternen hin. Ja, also das ist jetzt ein Problem und ich weiß jetzt aber nicht, ob die jetzt in der dritten Liga sind oder nicht. Lizenz für Drittfußball-Liga. Rivale des VfB Oldenburg kratzt Geld zusammen. Offenbar fehlt ihnen das Geld für die Lizenz. Nee, der Rivale kratzt das Geld zusammen. Ja, aber sie ja nicht. Ja, ich sag ja. Wir haben das Marschweg-Stadion, aber das ist nicht gut genug. Deswegen brauchen wir ein Ersatzstadion, weil selbst wenn jetzt Flutlicht mobil gemacht wird, dauert das, bis es da ist. Und ich hab meine Mutter angerufen und hab gesagt, wie spielen sie denn, weil die war im Stadion. Und meine Mutter konnte mir nicht sagen, wie sie spielen, weil sie so gelacht hat. Wieso hat sie so gelacht? Wegen, weil, wie die gespielt haben. Oh. Aber die sind wirklich auf dem Weg in die dritte Liga, aber das ist noch nicht ganz klar. Siehst du, ihr schreit mich immer an, ey. Ich raff das alles hier nicht. Ihr schreit mich immer an. Klar, Schmied und ich sind aber auch ein, wie sagt man, ein angekratztes Nervenkostüm, weil Schmitty ist in der Relegation. Es geht darum, Lautern gegen Dresden, Freitag, ich bin Donnerstag in der Relegation, meine Mene Hertha gegen HSV. Weißt du, was Relegation ist? Ja, das sind die drei untersten und die obersten und die können dann hoch und die andere. Ja, aber drei sind dann in der Relegation und einer von denen darf hoch oder nicht? Zwei steigen ab, einer kommt in die Relegation oder zwei steigen auf, einer kommt in die Relegation. Das heißt, der dritte der dritten Liga, in dem Fall Kaiserslautern, spielt gegen den drittletzten der zweiten Liga. Und die spielen zwei Spiele, Hin- und Rückspiel gegeneinander und der Sieger dieser Partien steigt dann auf oder ab. Wenn die Leute diesen Podcast hören, Schmitty, wissen die schon, ob Lautern in der zweiten Liga ist und Hertha in der ersten bleibt. Nein, wissen sie nicht. Da ist zumindest das Hinspiel schon mal. Ja, das Hinspiel, da weiß man noch gar nichts. Hoffe ich. Und da geht es natürlich auch um Knete wahrscheinlich. Das ist das wichtigste Spiel der letzten zehn Jahre. Und was macht Lautern? Sie bleiben sich treu nach einer erfolgreichen Saison, dritter Platz zumindest, nachdem es am Anfang Superscheiße war. Aber am Ende, irgendwie ganz gut, feuern sie nochmal den Trainerstab vor diesem wichtigsten Spiel der letzten zehn Jahre. Das machen die doch auch nicht aus Spaß. Nee, das machen die auch nicht aus Spaß. Die werden ihre Gründe haben, da bin ich recht zuversichtlich. Aber es war so ein Move, der kam überraschend daher. Es schließt ja jetzt raus, dass das wahrscheinlich schon irgendwie... Was ist denn mit Jans Zimmer? Dem geht es sehr gut. Mit dem bin ich im engsten Kontakt. Wir telefonieren fast täglich. Und ich wünsche ihm die ganze Zeit Glück und er beruhigt meine Nerven. Und am Freitag ist dieses große Spiel. Er sagt, wir schaffen das schon. Ja, aber ganz ehrlich, jetzt macht den Donnie noch wahnsinnig, dass der auch noch dich beruhigen soll. Der soll sich vorbereiten aufs Spiel. Da ruft er jeden Tag noch an, wie geht es dem Schmitty, wie geht es dem Schmitty. Ja, der kümmert sich berührend um mich. Ja, du zieh mal eine durch und guck das Spiel. Nichts ziehe ich durch, mache ich ja nicht. Ich gucke das Spiel. Am Freitag ist komplett der Laden bei mir geschlossen. Ja, und ich sitze im Studio, während meine Hertha sich abquält. Ja, weil er spielt Donnerstag. Wir spielen Donnerstag. Klaas, jetzt wünschst du doch mal mir in der Hertha Glück, weil es wäre mir wirklich wichtig, dass sie in der ersten Liga bleiben. Ja, okay. Sag doch jetzt mal. Ja, alles Gute für deine Hertha. Aber Basti ist HSV-Fan. Auch alles Gute auch für HSV. Aber du magst mich lieber als Basti. Nein, nix da. Du magst mich lieber als Basti und deswegen wünschst du mir jetzt Glück und drückst mir die Daumen. HSV kann aufsteigen. Meine Mutter ist HSV-Fan. Was, deine Mutter ist doch Oldenburg-Fan. Nein, man kann nicht Oldenburg-Fan sein, nur wenn man Basketball guckt. Wie, jetzt magst du deine Mutter lieber als mich, jetzt reicht's aber mal. Ja, sorry, sie hat mir das Leben geschenkt. Ich hab nicht danach gefragt, aber sie hat mir das Leben geschenkt. Sie hat mich großgezogen. Jetzt bin ich irgendwie richtig schlecht gelaunt. Das stimmt ja gar nicht. Doch, ich bin irgendwie schlecht gelaunt. Du warst schon schlecht gelaunt, bevor es hier losging. Ja, aber dann war ich kurz wieder gut genommen. Er hat dann morgen sein Getränk an die Wand gespritzt. Ja, ich hab so ein Shake gemixt und dann ist der aufgeplatzt in der Küche, alles voll. Oh. Ja, und dann war er schon schlecht drauf. Ich hab aber eine gewisse Grundverantwortung, fühle ich. Und deswegen kann das hier, wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Kennt ihr, ne? Also, ich hab eine Verantwortung, weil ihr arbeitet hart. Ich mach gar nichts, ne? Ich hab ein hellblaues Hemd an und bin sehr gut drauf und geniech das Wetter. Ja. Und ihr seid da die ganze Zeit in der Höhle und macht, wer steht, wer die Show. Und ich sitz einfach nur praktisch da und, ähm, und ja, mach den Kassenwart. Und das ist ja für mich jetzt ein easy Job. Das heißt, ich hab die Verantwortung, euch jetzt besser gelaunt zu entlassen, aus diesem Podcast, als ihr hier angereist seid. Ihr seid hier angekommen als abgekämpfte, ähm, Arbeiter, Bienchen und jetzt sollt ihr besser drauf sein. Also, was kann ich noch für euch tun, dass ihr, ich würde euch jetzt ein Geschenk machen. Ach, das ist gut. Ja, also, ihr dürft euch was wünschen und dann würde ich euch jetzt was machen, dass ihr bessere Laune habt. Ich wünsche mir, dass du meine Hertha richtig fest die Daumen drückst, damit die den Aufstieg packt. Ich drücke dem Hertha, äh, ich drücke Hertha BSC, dem Fußballverein aus der Hauptstadt. Dem FCK auch. Und John Zimmer. Und du meint, er, er ist zu er so. Können wir feierliche Musik da drunter machen? Ja, das ist gut, das wird mir jetzt eine Freude. Mein Name ist Klaas Holfer Umlauf und ich wünsche Hertha BSC alles, alles Gute für das kommende Spiel. Nun geht es um die Wurst. Auf in die zweite Liga oder bleiben wir in der ersten, da hat es uns doch so gut gefallen. Der HSV ist ein toller Verein, aber vielleicht nicht in dieser Saison. Juhu! Hertha BSC. Ja! Ich liebe dir. Ja, sehr gut, sehr gut. Habe ich das gut gemacht? Ja, jetzt hast du richtig gut gemacht. Ja, hast du gute Laune? Ja, jetzt habe ich richtig gute Laune. Ich will sowas mit dem FCK. Da sind die Vorzeichen anders. Also die können einen riesen Erfolg, äh, ne, erkämpfen. Ja. Nicht hier, oh, 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 hier gegen die Existenz. Mein Name ist Klaas Holfer Umlauf und ich wünsche den Roten Teufeln vom Betzelberg, dass sie endlich mal wieder nach über zehn Jahren in einem so spannenden Spiel die Dramaturgie, das Herzblut und auch die spielerischen Qualitäten, die sie an den Tag gelegt haben, jetzt in dieser wichtigen Stunde an den Tag legen können. Verwandeln, knipsen, aufsteigen, kassieren, Geld und Applaus. Naja. Der KSC, nein, der FCK, der FCK, ich hebe raus alles versammelt, ey. Sag doch was mit John Zimmer. Der FCK ist für mich der beste Fußballverein der Welt. John Zimmer. Ich glaube an dich. Gänsehaut. Obwohl es nicht mein Fall ist, ich drücke dir auch die Daumen. Ich drücke dir wirklich die Daumen. Oh, jetzt habe ich bessere Laune. Wisst ihr was, ich wollte euch noch kurz erzählen. Und ihr Blödmänner habt nicht daran gedacht, dass ihr auch über Sommerhaus der Stars hättet sprechen könnt. Ihr seid ja so dämlich. Nee, aber das hat mir jetzt richtig gute Laune und Zuversicht gespendet. Und ich muss euch sagen, ich habe von unserem lieben Kollegen Fahri Jadim, dem wir gerade im Studio stehen beim Quiz, der hat ein sensationelles Mindset. Und das hat er mir genau erklärt. Das ist eine gesamte Lebensphilosophie. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Hat es was mit Pimmeln zu tun? Nein, hat gar nichts mit Pimmeln zu tun. Und zwar, ich hoffe, ich darf es überhaupt erzählen. Kann sein, dass wir es wieder rausnehmen. Aber ich habe vor der Sendung irgendwann zu ihm gesagt, so Fahri, ey, das packst du heute, jetzt gib Gas, du gewinnst das Ding, ich drücke dir die Daumen. Das sage ich übrigens zu jedem, aber das ist ja egal an der Stelle. Und dann hat er gesagt, oh nee, ich fühle mich gar nicht. Das wird wieder scheiße, ich werde wieder mich richtig zum Klauen. Ich fliege raus, das wird alles beschissen. Fahri, also du weißt doch eine Sache von Instagram. Man muss erstens sich selber lieben und man muss sich selber bestärken. Man muss sich positiv auf sich selber einreden in Gedanken, um das dann möglich zu machen. Das ist doch auch das Mindset einer ganzen Generation. Dann hat er gesagt, nein, mein Mindset ist so. Ich bin mit mir selber hundertprozentig ehrlich. Zum Beispiel, wenn er ins Spiel guckt, dann sagt er nicht, ich sehe geil aus, ich bin der Beste. Sondern er sagt, ich sehe normal aus und ich bin auch nicht ekelhaft hässlich. Ich sehe ganz normal aus. Und wenn er dann ein Kompliment kriegen würde, würde er sich darüber freuen und sich praktisch positiv überraschen lassen. Das heißt, er sagt, ich bin dumm bis mitteldumm vor so einer Quiz-Sendung. Und wenn er dann was weiß, dann freut er sich, dass er sich selber überrascht hat in seiner realistischen Einschätzung. Und diese Philosophie, die ist genial. Die ist richtig genial, wenn man länger drüber nachdenkt. Das ist das berühmte, wie geht es dir, wenn noch nichts passiert ist. Genau. Er ist einfach zu 1000 Prozent ehrlich mit sich. Und alles, was dann da besser wird als die traurige Realität, macht ihm eine große Freude. Ja, das ist wie gesagt, es ist nicht für jeden Tag die beste Strategie. Aber so im Durchschnitt eines Lebens sollte man ehrlich mit sich umgehen. Apropos große Freude, muss man ja auch nochmal sagen, wir haben ja unseren alten Freund Olli Schulz auch in der Sendung. Und es macht, wir hatten jetzt auch wirklich drei Jahre fast keinen Kontakt mehr oder nur noch sehr sporadisch ab und zu mal geschrieben, SMS geschrieben oder so. Es ist irgendwie durch Corona und alles ein bisschen auseinander getrifftet. Und wir haben jetzt so Kontakt durch die Sendung wieder und es macht wahnsinnig Spaß mit ihm. Und ich glaube, das ist ja auch unbestritten, was er für ein Entertainer ist in seinem Herzen. Also das lässt er da in der Sendung aufblitzen und es macht richtig Freude mit ihm. Ich glaube, Olli ist der beste Entertainer, den ich kenne. Und das sage ich ohne jeden doppelten Boden. Er ist wirklich, ja, der ist gesegnet. So ist es eben. Und wir auch. Oder wie Olli sagen würde, gebenedeit. Ja, also liebe Grüße. So, und jetzt möchte ich gerne noch erzählen, was das Leckerste war. Ich war ja in Paris vor zwei Wochen. So, also, schließen wir es mit Olli Schulz. Kuss auf die Eichel. Danke, Ende. Ey Schmidi, eine Sache habe ich komplett vergessen. Ich habe doch allen Leuten versprochen und auch dir und auch allen deinen Leuten, die dich gerne mögen und lieben und so weiter, dass ich es hinkriege, dass ich dich wieder zum Lachen bringe. Ja, was ist das für eine Scheiße? Mir hat doch Simon geschrieben, dass du hier irgendwie seit 100 Folgen nicht mehr gelacht hast. Und dann haben wir gesagt, Klaas und ich, wir wollen ja natürlich ein Lächeln schenken, das ist unser neuer Lebensaufgabe. Und deswegen, ich erzähle dir jetzt einen Witz, wir haben nicht mehr so viel Zeit jetzt, wir müssen auch los. Ich erzähle dir jetzt einen Witz, damit du noch einmal herzhaft lachen kannst und dann gehen wir weiter in unser Leben. Also, geht ein Opa mit einem Enkel durch den Zoo und dann gehen die bei den Zebras vorbei. Und dann fragt der Enkel den Opa, 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 wie spät es ist? Und sagt er, du, ich habe keine Uhr, aber es muss schon ganz schön spät sein. Die Pferde haben schon Schlafanzug an. Komm, mach zu jetzt das Ding. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.